Hallöchen, willkommen hier zu unserem Streamstag am Dienstag. Wir sind wieder zurück in Valheim. Meine beiden Kollegen sind mit da, mit der kleinen Einschränkung, dass sich Kevin heute nicht ganz so top fühlt und wahrscheinlich, nachdem wir die Drachen-Mudi geschnippelt haben, sich zurücknimmt und auskuriert. Das ist auch völlig in Ordnung, aber versprochen ist versprochen, die Mutti wird erstmal fallen. Die Mutti muss dran glauben. So ist es. Die Mutti muss fallen. Die Mutti muss fallen. Du musst nicht ja sagen, die Mutti muss weg oder so. Naja, gut, okay. So geht das ja nicht jetzt. Und für den Fall, dass ihr den Stream zufällig nebenbei offen habt, ja, es ist wieder Rested Time. Nice. Nice. Ich weiß, ich weiß, ich bin's einfach. Bist Legende, Junge. Und ich starte direkt in der Küche, denn da hab ich heute aufgehört. Oh mein Gott, ich hab, oh, das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Was denn, soll mir was Besonderes passieren? Ja, loser finds an excuse. Ist das Wichtigste, was ich mal von meinem Tränen... Alter. Was denn? Ich bin ein stolzer Gemüse-Daddy. Ach so, warst du seitdem noch nicht wieder auf dem Servo? Nee. Nö, ist tragisch. So, wo kann ich denn jetzt hier? Ich muss mal... Da. So. Das ist alles, was ich wollte. So, bleiben wir hier, bleiben wir, bleiben wir. Wenn ihr immer da seid. Danke. Habt es verkackt. So, also, ich hab einmal Poison Arrows, 100 Stück, sehr gut. Ich hab auch noch 100 Flint Arrows, ist nicht super sinnvoll, aber was man hat, hat man. Müsst auch noch 100 Feuer Arrows haben. Jo, hab ich, besten Dank. Genau, ihr kennt das ja schon, wenn wir uns vornehmen, den Boss zu schnetzeln. Ein kleines bisschen Vorbereitung muss schon sein. Wir overpreparen uns ja ganz gerne mal. Aber bis jetzt hat sich's... Ich finde, in den meisten Fällen hat sich's auch ausgezahlt. Also, von daher kann man sich jetzt nicht drüber beklagen. Und ich bin gerade schockiert, wie flüssig das läuft. Also, entweder ich hab's lange nicht mehr an Flüssig gespielt, oder die haben irgendwas... Vielleicht denkst du's wieder einfach nicht an, gell? Irgendwas kennengelernt. Wenn du's nicht jinxen würdest. Was ist denn mit Benni los? Das Gemüsefeld ist so geil. Ja, das... Richtig nice, richtig nice. Dankeschön. Ja, ich hab uns mal das Gemüsefeld ein Stück erweitert und ein bisschen vorgezogen. Also, wir haben jetzt quasi zwei Gemüsefelder. Einmal für die Rüben und einmal für die Karotten. Und, was ich auch gemacht hab nebenbei, als ich gerade mal dabei war, ich hab da drüben den Wachtturm mal fertig gemacht, weil der stand ja schon einige Streams so unfertig da rum und hat eigentlich ein einsames Dasein gefristet. Und so viel war's auch gar nicht mehr zu tun. Deswegen versteh ich gar nicht, wieso ich da so lange drauf gewartet hab, den fertig zu machen. Macht aber nix. Wir haben auf jeden Fall jetzt genügend Gemüse. Und ich hab mich auch ein bisschen drum gekümmert, dass wir jetzt genügend zu essen haben, was wir mitnehmen können für die Drachen. Das machen eigentlich meine Metze. Die sind auch schon fertig. An der Stelle ganz kurzer Disclaimer. Ich empfehle heili, dass ihr Honig mitnehmt. Also einfach, dass man's hat, würd ich sagen. Aufgrund der guten Gesundheitsregeneration. Und vielleicht ist es auch gar nicht so bad, dass wir die vorhandenen Frostmets mitnehmen, weil die ja extrem Frostdamage macht. Wenn man da zusätzlich zu der Wolfsrüstung noch einen einföffert, kann nicht schaden. Bringt das was? Das sollte eigentlich was bringen, ja. Okay, wir haben elf Frostmets, das heißt, zwei haben vier, einer hat drei. Ich nehm mal drei. Ich hab noch zehn. Wir können auch aufteilen. Also hast du schon welche dabei? Ja, ich hab, wie gesagt, ich bin schon fertig hier mit allem. Okay, na, wenn du schon zehn hast, also mir reichen fünf, glaube ich. Ich muss jetzt hier nicht zehn Frostmets. Ich nehm auf jeden Fall auch noch einen Gesundheitsmet mit. Nehmt Gesundheitstränke mit, nehmt Ausdauertränke ruhig nochmal mit. Ausdauertränke sind auch gar nicht mehr so schlecht. Ähm, habt, ach ja, Medium Staminamid sogar gebraut. Ja, ich hab, äh, ich hab eigentlich nur die großen Mets gebraut jetzt. Hm. Ja, wie gesagt, ich hab mich bei den, äh, Ausdauertränken erstmal zurückgehalten wegen der Cloudberries, aber mittlerweile können wir, also wir sind fast so weit, die zu fahren. Ja, wir haben ja jetzt ein Portal Richtung Mordern, da ist ja nicht so weit bis zu den Plains, da kann man sich auch mal ein paar, äh, Cloudberries zusammensammeln. Ja, na klar. So, dann nehmen wir noch, ähm, zu essen mit. Ach so, jeder sollte ein Drachenei jetzt bei sich haben. Mhm. Hab ich noch nicht, hol ich aber. Das müsste eigentlich noch, oder Benni hat zwei. Was ist denn hier los? Ich hab eins. Kann nicht sein. Ach nee, hier liegt noch eins. Hab ich übersehen, sorry. Kann nicht sein. Camden ist wieder voll an Feier. Ja, wie immer. Völlig sinnlos. So kann er sich schon mal in die Schmiede begeben und sich ein Drogerize-Zahn-Form äh, herstellen. Ich kann das Dragon Egg nicht aufnehmen. Doch jetzt, der Server ist bei mir grad extrem laggy. Naja. Ich hab's gejinxt, ich geb's ja zu. Wobei, es läuft grafisch immer noch flüssig, ne? Das ist die Server-Performance, die bei mir grad nicht hinhaut. Aber wird schon passen. Fängt sich schon wieder. Geht auch immer wieder. So, ich komm in die Schmiede. Also, ihr braucht für den Droger-Reißzahn logischerweise Silber. Ach, ich dachte, wir haben schon alles. Man hätte schon, nö. Silber, uralte Rinde, Glibber und Hirschfell. Wie viel von jeden? Alles einfach. Wir haben sowieso nicht so viel Glibber. Ich hab jetzt nicht den Platz hier alles mitzunehmen. Also, Benni, holst du den Gag und den Deerhide und ich bringe Silber mit? Ich hole Glibber und Deerhide, weil ich bin grad einmal hier. Wollte ich grad sagen, Kevin ist eh schon oben. Ich hab jetzt hier fast alles in Silber eingepackt. Ich würde auch sagen, wir hauen das Silber jetzt auf den Kopf, weil was soll man sonst damit machen? Definitiv. Wir können sowieso nicht so viel upgraden, weil die Schmiedenstufe nicht reicht. Ein Upgrade könnten wir ja aber auch noch bauen, ne? Das haben wir ja noch gar nicht. Also, eine Stufe kriegen wir es noch höher. Nee. Wo ist der Schleifstein? Wenn ich nicht ganz blöd bin, dann geht das erst, wenn wir Morder getötet haben. Hier fehlt auf jeden Fall der Schleifstein. Den könnte man bauen oder übersehe ich ihn einfach nur? Ich weiß es nicht. Also, ich sehe keinen Schleifstein und den können wir auf jeden Fall noch bauen, weil den habe ich schon im Tisch gesehen, im Steinmetztisch. Das heißt, eine Stufe können wir auf jeden Fall noch höher gehen mit dem Tisch. Jaja, aber jetzt noch nicht. Wieso denn nicht? Also, bei mir im Baumenü ist es nicht da. Wenn es bei dir ist, bitte. Nein, du musst damit... Du brauchst dafür den Stonecutter und musst den irgendwo hinsetzen, wo er überdacht ist und kannst da den Schleifstein bauen und kannst den dann platzieren. Aber ich glaube, das geht erst, wenn du eine Stufe höher bist. Alles klar. Ich schmeiße jetzt hier mal das Silber auf den Boden und baue jetzt hier so einen Schleifstein hin. Es kann auch sein, du hast recht. Ich weiß es nicht. Dafür muss ich mir nur mal... Ich bin mir nicht abgehend nicht. Dafür muss ich mir nur mal eben einen Stonecutter besorgen. Irgendwo stand da hat einer rum, glaube ich. Kevin, kannst du mir mittlerweile mal Gack oder sowas geben? Ja. Dieser Gack-Ast hier, ne? Jedes Mal respawnt der auf dem Feld. Er war doch selber, oder was? Ja, ja. Oh. Das ist immer die gleiche Astrid. Das ist immer hier. Hoppala. Ich habe Silber aus dem Fenster geschmissen. Ja, ja. Benni muss immer alles aus dem Fenster schmeißen. Das ist nicht okay. Okay, ich hole es wieder. Danke. Aber was mit meiner Austausch ist los? Hm, schade. Gut, danke. Hast du jetzt den Torhacker-Eiszahn hergestellt? Hm. Nein. Was brauche ich denn? Stein, Eisen, Holz. Das ist ja alles. Ich werde wieder Silber aus der Schmiede schmeißen. Warum? Weil ich kann mich nicht umstellen. Ich kann mich nicht umstellen. Ich muss was wegschmeißen. So. Und wenn der Ausdauer ist halt schon alle. Fragisch. Ach ja, die Ausdauer zu Hause. Immer ein beliebtes Problemchen. Weil man sich nicht traut, den gescheiten Kram zu essen. Ich würde aber trotzdem, also egal jetzt, ob Matze das hinkriegt oder nicht mit der nächsten Schmiedestufe, trotzdem das so machen, dass erstmal alle so weit upgraden, wie es jetzt möglich ist. Damit wir ungefähr auf dem selben Stand sind. Nicht, dass einer Stufe 4 alles macht, der andere Nee, ich würde generell die Upgrades absprechen untereinander. Dass hier nicht jemand alles auf dem Kopf haut, sondern dass wir das ein bisschen koordinieren und strukturieren. Das auf jeden Fall. Na, das war unge... Also Kevin, da gebe ich dir recht, dass wir alle auf einer Stufe sind. So, hier, die ist das. Ich stelle mal ein Stonecutterchen hin und dann craften wir mal einen Sharpening Stone und damit könnten wir ein Grinding Wheel bauen. Bin mir gerade noch nicht sicher, wo. Ba, 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 Crafting, Grinding Wheel, brauche ich noch 25 Holz, hat noch jemand Holz dabei, ganz zufällig, mir fehlen genau drei. Nee. Nope. Dammit. Tragisch, ne? Da geht's einen Menschen wie den Leuten. Und ich dachte nur so, ja, das treibt. Ich bin ein Idiot, aber naja, was soll's. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte einfach den Tisch wieder abbauen können. Ja. So, also wir können, also ich habe jetzt alles auf Stufe 1 bei meinem Silberzeug. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. ich habe auch alles auf Stufe 1. Ja, korrekt. Kevin auch? Mhm. Julio. So, jetzt aber, dies, das. Bisschen doof, dass man das immer nicht so bauen kann, wie man gern möchte. Weiß nicht so. Needs more space. Ja. So, und damit hätten wir jetzt eine Forge Stufe 5. Was kann man damit bauen? Das weiß ich nicht, aber ich wollte einfach nur proven, dass man's upgraden kann. Das war klar, ja, das sagte ich mir schon. Aber. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Dann gucke ich nicht mehr nach. Alles, was da steht, ist immer falsch. Wie gesagt, ich lege dir wirklich wärmstens ans Herz, das offizielle Wiki zu nehmen, weil die Informationen, die da drinstehen, kann man eigentlich als Gesetz betrachten. Ist auch der Grund, wieso ich das Spiel auf Englisch gestellt habe, weil es eben immens einfacher macht, nach Sachen zu suchen, wenn man den englischen Originalnamen kennt und das nicht als übersetzen muss. Ist das immens einfacher oder ist das immens einfacher? Du hast da richtig recht, es ist immens einfacher. Ja. So, die ist das jetzt, jetzt aber. Back to the Silverwork. Erstmal das Drachenei wieder aufnehmen. Okay, ne, als allererstes der Draugafang, ne, das ist jetzt, glaube ich, Prio 1, was wir bauen sollten, weil Pfeile und Fernkampf ist ja gegen die Drachenmodule. Und ihr könnt euch auch ein Silberschild herstellen, ich glaube, das werde ich auch machen. Weiß ich, weiß ich nicht, ob sich das lohnt oder ob ich gleich auf ein Serpent's Shield gehe. Das sind ja unterschiedliche Schilder, das musst du ja bedenken. Also entweder ein Tower-Schild oder halt eins der besten Schilder zum Parieren. Also ich würde vermutlich auch beide mitnehmen. Ich glaube, Parieren ist jetzt sinnlos gegen, zumindest gegen Modor, weil Modor kann nicht ja, aber ich meine, wir brauchen es ja irgendwann mal parieren oder nicht. Ja, aber jetzt würde ich mir, glaube ich, eher so ein Serpent's Shield bauen, weil gegen Modor erscheint mir das sinnvoller. Ich meine, das kann man auch später noch bauen, das andere. So ist ja nicht. Ich brauche mir einfach gar kein Schild. Oder das. Das ist eine Einstellung, mit der kann man auch durchaus gut durchs Leben kommen. Ich habe hier gerade den Bug, das wenn ich das hilft mir auch häufiger, ja. Kisten aufmache. Und dann würde ich mir das tatsächlich auch gerne herstellen, wenn Kevin das nicht will. Ich muss nur gucken, was man dafür benötigt. Ähm, Holz und Eisen. Und halt Serpent's Gales. Das ist ja einigermaßen machbar. Holz habe ich dabei, Eisen geht. Bank oder an der Schmiede? An der Schmiede. Schmiede. Ah, okay. Aber kein normales Holz, ne? Braucht Edelholz. Und wie viel? So, habe ich dabei. Und wie viel Eisen? Vier. Hast du das auch schon dabei, Benni? Eisen habe ich nicht, ne. Dann bringe ich dir Eisen mit und dafür kriege ich von dir Feinholz. Hm. Was für ein geiler Deal. Wir sind heute richtig on fire, ne? Also wir kommen hier richtig gut in die Puschen. Feinwood. Zack. Dann schmeiße ich dir mal die Hälfte des Eisens vor die Füße. Vorsicht, schwer. Ja, ich habe dir ein ganzes Feinwood gegeben. Also von daher musst du wollen. Ich lasse mich da gehen. So, eine Sekunde. Das Feinwood. Kevin hätte übrigens die Möglichkeit, sich dennoch ein Schild zu bauen. Also wir haben genug Sorbon Scales. Ja, aber ich brauche es gerade einfach nicht. Ach so, die Sorbon Scales brauche ich natürlich auch. Das sieht schon ein bisschen pornös aus, muss ich sagen. Ich nehme das vielleicht einmal zur Deko oder so. Wieso habe ich denn jetzt eine scheiß Spitzwecke bekommen? Weil ich Platz brauche, um die Sorbon Scales aufzunehmen. Ich brauche, um das Schild herzustellen, die du mir noch geben musst. Weg mit dem Schnulli. Wieso? Die liegen doch da. Da. Oh. Sorry. Entschuldigung. Ich habe alles hingeworfen, was relevant ist oder nicht. Geht Platz hier im Inventor. Mensch. No room in Inventory. Ja, okay. Ich verstehe schon. Ich schmeiße jetzt ein bisschen Scheiße weg. Tja, das ist nichts. Deine Schmiede fungiert gerade so ein bisschen als Mülldeponie. Ja, ja. Aber das räumen wir alles wieder auf. Keine Panik. Ich bin ganz, ganz leicht überladen, aber nur ganz, ganz leicht. August, mein Typ. So was, okay, jetzt mal hier die Gretchenfrage schlechthin. Habt ihr schon einen Draugrfang? Also hat den einer von euch jetzt schon gebaut? Okay. Und Kämpfer schon gebaut, ja. Das heißt, ich fehle noch sozusagen. Ja. Und was brauche ich dafür nochmal? Ich habe es leider schon wieder vergessen. Gag Deer Hight hat Feidenwood. Gag Deer Hight habe ich beides dabei, außer Feidenwood. Antike Rinde. Ach nee, Ancient Bark habe ich auch noch, ja. Dann würde ich, dann würde ich mich dafür schwer begeistern können gerade. Kann ich verstehen. So, mein Feidenwood-Bow muss auch erstmal dann raus. Hast du schon? Ach nee, es war ja Kevin. Was ist denn mir? Danke, danke. Ich dachte, du wärst Benny. Ich habe dich gerade verwechselt. Also ich dachte du, wieso kann ich das jetzt nicht craften? Inventoryful. Ach, komm. Logisch, hä? Meine Herren, ey. Mist. Das Gefrickel. So, okay. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Gretchenfrage, nämlich, was wollen wir upgraden? Sieben Tage lang. Aber ich würde jetzt erstmal Silber zusammenzählen. Okay. Zählen wir mal Silber. Darach kann jeder für sich entscheiden, also. Ich schmeiß mal alles Silber hier hin. Was ich noch im Inventar habe. Ihr zählt in der Zwischenzeit mal. Ich räume mal ein bisschen mein Inventar leer. Eben, hast du noch Silber? Nee. Ich möchte noch halten, wie wir das Spitzhack eingeschließen. Das klingt nach Benny. Er wirft uns heute alle mit Spitzhack. 140. Korrigiere 142. Ihr habt hier zwei liegen lassen. Okay, 142. Das ändert alles. Ähm. Dann, dann müssen wir mal überlegen. Also. Rüstung und Joggerfang sind wahrscheinlich. Also mein Frosten werde ich wahrscheinlich nicht. Erstmal nicht. Ich habe immer noch kein Joggerfang jetzt oder was? Doch, doch. Ich habe den, aber es geht jetzt ums Upgraden. Mein Frosten werde ich nicht upgraden, weil der ist ja, also die Drachenmudi ist ja resistent gegen Spirit, gegen Frost und sie lässt sich auch nicht staggern sozusagen, also zurückstoßen. Alles drei Sachen die Eigenschaften meines Frostens sind. Das heißt, der ist komplett nutzlos eigentlich jetzt in dem Kampf. Nein, grundsätzlich ist einfach nur mein Vorschlag, dass er erstmal alles auf Level 2 bringt. Einfach. Ist die Frage, haben wir denn genug, um alle alles auf Level 2 zu bringen? Bin ich mal relativ sicher, ja. Also für die Anfangsstufen brauchst du eigentlich überall nur 5 Silber. So, Kevin, ich werfe dir mal alles Eisen hin. Warum? Alles Silber. Ah, okay. Dass dein Silber bist du verwenden kannst. Brauchen wir noch irgendwie Holz oder sowas zusätzliches zum Upgraden oder nur Silber? Ne, ne, das kommen wir ganz drauf an. Also wir werden noch Wolfspelz brauchen. Ich bin hier gerade auf Tour, ich kann alles mitbringen. Wir brauchen noch Wolfspelz und noch die Wolfszähne für Rüstung und Beinschutz. Und wenn Benni und ich unser Schwert machen wollen, brauchen wir noch Leather Scraps, Holz und Eisen. Aber das würde ich als letztes machen, weil es kostet fucking 40 Silber, Alter. Das ist ein bisschen viel, ja. Das ist wirklich ein bisschen viel. Ich glaube, da sehe ich euch heute auch noch nicht. Aber das Schwert ist ja genauso wie die anderen Sachen eigentlich momentan nicht so sinnvoll. Also Wolfspelz, Wolfszahn ist the way to go. Die Kisten baggen bei mir heute aber auch tierisch rum, muss ich sagen. Wie gesagt, bei mir auch. zweimal drauf tippen, um drauf zugreifen zu können. Kann aber doch auch nicht sein, dass man mehrmals die Woche den Server neu starten muss, damit es loopt. So, ich mache jetzt mal hier ein paar Stapel mit Stuff. Einmal da und einmal da. Das gleiche machen wir nochmal mit den Weißzehen. So. Passt auf, dass es nicht irgendwie rausschmeißt oder so. Da hinten liegen jetzt noch 18 Silber in der Ecke. Ich habe das Silber schon aufgeteilt. 48 müssten es sein. Nimm mal aus der Ecke da dein Silber weg. Nicht von da. Hä? Da wo du die 18 gerade aufgenommen hast. Da liegt aber nichts mehr. Doch. Ja, weil ich habe es so schon aufgeteilt. So hat jeder erst mal sein Zeug. Okay, okay, okay. Nee, alles gut, alles gut. Also wir upgraden jetzt erst mal die Rüstung, oder? War der Plan? Ich hätte jetzt mal ich hätte mal einen Bogen kostet, aber das ach nee, das ist in der Stellung. Kannst auch einen Bogen upgraden, das kann jeder selber. Das habe ich nicht gefragt, warum jetzt die ganze Zeit gesagt habe, wir wollen das und das und das upgraden. Er hat gesagt, jeder macht es für sich. Für einen Bogen-Upgrade braucht man antike Rinde, Deerhide und Gag. Das sind die drei Sachen, die ich gerade weggebracht habe. Argisch, ne? Aber schön, schön. Alles tut ihr ihr. So, okay. Ich bin ein bisschen nackig. Ich ziehe mich erst mal wieder an. Also meine Rüstung ist jetzt bis auf den Umhang Stufe 2 und ich habe immer noch 33 Silber hier auf Tasche. Kann eigentlich nicht sein. Wieso denn nicht? Weil jeder nur 47 Silber hat. Naja. Dann hatte ich wahrscheinlich 48. 48, aber das hat doch mehr gekostet, oder? Nein, das kostet nicht so viel. Das kostet 5 Silber pro Upgrade gerade, die Rüstung. Drei Teile upgraden sind 15 Silber. 48 weniger 15 sind 33 Silber. Da sind aber mehr so viel. Ich weiß nicht doch nicht, was du erzählst. Du warst wahrscheinlich im Craft Tab und nicht im Upgrade Tab. Ist mir auch am Anfang passiert. Kann sein, ja. Da sind es nämlich 15. Ich wollte mich nämlich auch schon beschweren. Oh, ist ja voll viel. Warst du ein Scheiß? Ist nicht so viel. Das ist... Alles gut. Das ist gut. Brauchst du gar nicht anfangen, du dummer Schamane. Du kannst mich mal... Hör auf, unser Dorf hier unsicher zu machen. Tag Pratze. Holt jetzt jemand von euch zufällig Gag und... Dirheit? Würde ich jetzt holen, ja. Okay, dann bringe ich antike Rinde wieder mit. Cool, ihr macht das mal, ne? Weil ich würde gerne... Also mein Draug of Hang würde ich schon gerne upgraden, wenn wir den jetzt in dem Fight brauchen. No room in inventory. Ach, come on. Hier nimmt mal jemand die antike Rinde. So, jetzt aber. Entity spawnen uns hier die Dracheneier und wir können erst mal wieder in die Berge gehen und Eier suchen. Hat jemand dir halt dabei? Nein, du hast gesagt, du bringst die mit. Zusammen mit Gag. Oh, da hab ich die halt vergessen, ne? Na, du wolltest ja bestimmt eh gerade nochmal losgehen, ne? Muss ich ja. Richtig da nix. Was ist denn, was ist denn bei Kevin der Upgrade-Status? Du rennst hier gerade rum und beteiligst dich nur so semi am Upgraden. Hast du schon? Hä? No? Du hast dein komplettes Silberschiff verupgradet. Nein. Aber seid doch jetzt ja erstmal hier... Wir hatten doch gerade die Rüstung alle geupgradet, oder nicht? Also ich zumindest. Ja, aber ich hab dann... Ich wollte dann direkt weitermachen. Naja, kannst du doch. Alles gut. Erstmal kurz meine Ausdauer wieder aufladen. Hast du jetzt die Deerheit geholt, Benny? Hm. Magst du davon noch was auf den Boden werfen? Warte, ich hab gerade erstmal meinen Bogen geupgradet. Jetzt werfe ich es auch auf den Boden. Ja, ja. Alles gut. Macht euch ne, um mich keine Sorgen. Kevin, wir machen uns aber um alle Sorgen. Das ist ein Teamspiel. Was ist die? Warum ist die Skelett hier drinne? Du machst doch tot, Entschuldigung. In meiner Schmiede. Wer von euch hat jetzt die Deerheit aufgenommen? Ich nicht. Ich aus Versehen, weil das Skelett da rumlag. Ja. Alles gut. Hässliches. Ach, ich übergreif's nicht, Kevin. Das ist okay. Da muss ich Kevin schon mal recht geben. Es ist wichtig, dass man seine Sachen verteidigt. Benny, Gag würde ich auch noch nehmen. Äh, ganz nah ab. Ich kümmere mich mal eben drum. Spitzelmäßig. No room in Inventory. Komm, du gehst mir gerade auf den Sack hier mit deinem No room und dies, das. Ich hoffe, wir finden dann auch alles wieder und sammeln es ein und bringen es zurück, was wir jetzt gerade hier verwurstet haben. So, gehe ich nochmal eine Stufe höher beim Jogger Fang, weil dann wäre eigentlich erstmal Schicht im Schacht mit Silber. Aber ich glaube, ich mache es einfach. Because Reasons. Es ist sowieso momentan der beste Bogen, das heißt, es ist nicht unvernünftig, das zu tun. Das ist richtig, ja. So, dann habe ich irgendwo noch drei Silber, das ist nicht meine, das sind meine drei No room in Inventory. Alter! Du kannst Platz schaffen, indem du den Gag und die Ancient Bark hinwirfst. Das kann ich gleich machen. Nur du läufst weg. Das ist mein Hauptplan, ja. Schmecken lassen übrigens. Meine Bloops sind alle. So, Gag wollte zu haben und Deerhide hast du gesagt oder Ancient Bark. Ach, so war das alles. Okay, danke. So, ihr teilt das mal unter euch. Hier liegen noch 30 Silber, ich weiß nicht, wem die von euch gehören. Hier liegen nochmal 30, also hier liegen noch 60 Silber einsam in der Schmiede rum. Sie können nicht mir gehören, weil ich habe mein Silber jetzt komplett verballert. Die geämen es raus. Was hast du denn jetzt alles gemacht? Also gehen wir mal durch. Also ich habe jetzt meine Rüstung komplett auf Stufe 2, abgesehen vom Umhang. Und ich habe meinen Draugafang auf Stufe 3 geupgradet. Aha. Gut, doch, ich kann meinen Cape nochmal eine Stufe upgraden mit meinem Silber. Woo! Mach ich. Und was hat Benny jetzt gemacht? Die Rüstung auf Stufe 2, den Draugafang auf Stufe 2. Hm. Das war's. Das heißt, du hast aber noch... Genau, du müsstest... Ich weiß, ich habe noch Silber, aber ich habe keine antike Rinde um meinen Draugafang. Achso, dann musst du es mir sagen. Dann gebe ich dir die. Hm, ich brauche die. Hier. Danke. Das ist insane. Mistig. Jetzt habe ich wirklich alles in meiner Rüstung auf Stufe 2. Jetzt habe ich einen Rüstungswert von 68. Bin ich... Finde ich gar nicht schlecht. Ich habe tatsächlich ein bisschen anders gemacht. Also ich habe den Umhang auch auf Stufe 2 wie Matze. Matze, hast du den Gackner? Nein. Den habe ich da gelassen. Ich habe auch den Umhang auf Stufe 2. Ich habe aber den Bogen auf Stufe 1 gelassen. Dafür habe ich die Rüstung auf Stufe 3. Ist auch. Achso. Ja, ist auch nicht so verkehrt. Ich bin ja echt gespannt. Ich weiß gar nicht, So, und jetzt haben wir hier aber trotzdem noch zwei... Ne, jetzt haben wir trotzdem noch insgesamt 50 Silber liegen. Also wir können doch noch weiter upgraden, wie es scheint. Mhm. Können wir doch. So, ich fange nochmal an. Ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Stream schon erwähnt haben oder ob die Info zum Update dann später gekommen ist, aber es gibt jetzt erste Infoschnipselchen zum Hearth and Home Update, die veröffentlicht wurden. Also es soll auf jeden Fall im Q3 21 erscheinen. Die Roadmap an sich wird nochmal überarbeitet, das ist aber nicht so verwunderlich, dass es dieses Jahr nicht mehr zu mehreren Updates kommen wird. Wahrscheinlich zu mindestens nicht vier große. Ist für mich auch in Ordnung. Aber das Interessante, worauf ich eigentlich hinaus wollte, habe ich jetzt vergessen. Du wolltest sagen, was mit dem Update alles kommt, oder nicht? Jaja, ich hatte aber irgendwie einen speziellen Hook, wo ich einhaken wollte, worüber wir gerade gesprochen haben und dann ist mir aber Benni in die Parade gegrätscht und jetzt im zweiten Anlauf fällt es mir nicht mehr ein. Aber ja, es wird einiges Neues dazukommen. Dächer soll es andere geben. Es gibt Fensterläden, also trotzdem eine coole Idee von dir, Benni, da die Türen zu verwenden, aber die wird es dann im nächsten Update dediziert geben. Achso, ja, und das Nahrungssystem wird umgestellt, also wie sich das Essen auswirkt auf die Ausdauer und die Gesundheit. Man soll also je nach Spielstil unterschiedliches Essen bevorzugen können, um eben entsprechend verschiedene Stats zu boosten. Das finde ich sehr interessant, da könnte man ja vielleicht auch in die Richtung ein bisschen was machen, dass jeder was anderes zu essen mitnimmt und dementsprechend auch sein Spielstil ein bisschen anpasst. Das ist richtig. Also, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Der eine wird Tank sein und der andere eher so der... Ja, genau. Bis zum nächsten Mal.